Och nö, jetzt ist schon wieder so ein doofer Wels in die Filterkammer gekommen. Ja, wir haben ja dieses Filterkammer-System an der Seite mit einem Luftheber versehen und manchmal schwimmen die Welser halt durch den Luftheber in die Filterkammer rein und sitzen dann da fest. Dann geht das Gefummel los, man muss nämlich die ganzen Schwämme und den Luftheber da rausholen, um die da wieder rauszuprokeln. Und weil das an dem Tag sogar in zwei Becken passiert ist, habe ich mir gedacht, irgendwas muss man da doch machen können. Und dann habe ich mir überlegt, dass man oben einfach so ein Gitter drüber ziehen könnte über den Luftheber, dass sie da gar nicht reinschwimmen können. Wenn man so eine ganz feine Gase hier nimmt, dann habe ich leider feststellen müssen, dass der Durchlauf ziemlich verringert wird. Also dann plätschert es nur noch so vor sich hin und das ist nicht so gut. Deswegen habe ich dann hier so ein gröberes Fliegengitter genommen und das funktioniert sehr gut. Da fließt es ganz normal durch, wie vorher auch. Und dann habe ich das mit so einem Gummiband hier fixiert. Besser wäre natürlich wahrscheinlich Kabelbinder, der wird nämlich nicht mürbe. Und so ist das Ganze weltsicher und keiner kann mehr durch den Luftheber in die Filterkammer rein. Yay!